Gleich wird die Sonne untergehen. Bedeutlicher Wind von Süden, aber nicht besonders kalt oder warm, sondern etwa so wie das Meer mit 23 Grad Wassertemperatur. Jetzt ebenfalls 23 Grad Lufttemperatur, aber es erreichte heute schon mal 30 Grad kurzzeitig. Ich wüsste nicht, was sonst zu bemerken wäre. Darkness ist ausgeflogen.